Eine weitere Aufklärung, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, besonders bei Patienten, die sagen, ich möchte, weil ich Angstpatient bin und aus sonstigen Gründen in Vollnarkose beide Augen auf einmal operiert haben. Hier muss man natürlich besonders aufpassen und besonders gut aufklären, damit sie auch wissen, worauf sie sich einlassen. Die Einführung und der Einführungstext bei unserer Aufklärung ist folgendermaßen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist die Implantation von Linsen ins Auge ein anerkanntes Verfahren zur Behandlung von der Fehlsichtigkeit in der refraktiven Chirurgie. Oft werden die Behandlungen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt. Bei beiden Verfahren, der ICL oder auch an der intraokularen kann das zweite Auge auch früher als drei Monate nach der Operation am ersten Auge behandelt werden. So ist auch eine Behandlung innerhalb der gleichen Sitzung möglich. Bei der sogenannten simultanen Behandlung bestehen jedoch gewisse Risiken, die bei einer Behandlung der Augen an unterschiedlichen Tagen nicht bestehen. Wenn Sie sich für die Operation an beiden Augen innerhalb einer Sitzung entschieden haben, sollten Sie sowohl die möglichen Vorteile als auch Nachteile Ihrer Entscheidung verstanden haben. Und ich hoffe, der folgende Text und unsere Aufklärung fördert das und macht es Ihnen klar. Wenn nicht, wie gesagt, Sie können bei uns jederzeit nachfragen, auch am Tag der Operation nochmal. Bezüglich Sicherheit. Sie werden nicht das Risiko eingehen, an beiden Augen innerhalb kürzester Zeit eine Entzündungsreaktion bzw. Infektion zu erleiden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, könnte jedoch zu einem deutlichen Abfall der Sehschärfe oder auch zur Blindheit an beiden Augen führen. Sollte dies bei beiden Augen eintreten, so wären die Konsequenzen natürlich erheblich. Auch ist es möglich, eine verspätete Trübung der Hornart oder ein Makulaödem zu entwickeln, die unmittelbar postoperativ erstmal nicht erkennbar ist. Obwohl dies sehr ungewöhnlich ist und die Trübung im Allgemeinen mit der Zeit wieder aufklärt, kann dies eine deutliche Verschlechterung des Sehens für einen längeren Zeitraum bedeuten. Wenn dies an beiden Augen zur gleichen Zeit auftritt, kann selbst die Durchführung normaler Aktivitäten am Tag schwierig werden. Später kann daher eine Hornartverpflanzung oder auch eine Netzhautoperation notwendig sein. Das Thema Genauigkeit ist natürlich auch wichtig. Ihr Augenarzt überprüft den Heilungsprozess sowie die Sehschärfe am ersten Auge und kann dadurch entsprechende Modifikationen des Behandlungsplanes für die Operation am zweiten Auge vornehmen. Dadurch ist es bei einigen Patienten möglich, die Genauigkeit des Ergebnisses am zweiten Auge eventuell zu erhöhen. Thema Erholung des Sehens. Obwohl die meisten Patienten nach Implantation von Linsen ins Auge eine rasche Erholung des Sehens erfahren, kann dieser Prozess das Erlangen seiner guten Sehschärfe mitunter eine längere Zeit benötigen. Wenn die Augen separat operiert werden, kann das nicht operierte Auge noch genutzt werden, während das operierte Auge sich erholt. Dies trifft besonders dann zu, wenn Sie noch Kontaktlinsen im nicht operierten Auge vertragen. Thema Zufriedenheit. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, selbst zu bestimmen, ob die durchgeführte Implantation von Linsen ins Auge zu einer zufriedenstellenden Sehschärfe bzw. Seheindruck ohne Verlust oder andere ungewöhnliche, nicht wünschenswerte Nebeneffekte wie Blendung, Geisterbilder oder erhöhte Blendungsempfindlichkeit, Lichtempfinden geführt hat. Wenn Sie über 40 Jahre alt sind, haben Sie die Möglichkeit, zunächst einmal Ihr neues Nasen auszuprobieren und zu erfahren, wie das zweite Auge vollständig korrigiert werden soll oder ob noch eine gewisse Nase-Schärfe ohne die Notwendigkeit, Gläser zu tragen sinnvoller ist. Sogenannte Monovision. Thema Bequemlichkeit. Es könnte für Sie weniger komfortabel sein, wenn das jeweilige Auge zu einem separaten Zeitpunkt behandelt wird. Dies macht ja zwei Phasen der Rehabilitation nach der Implantation von Linsen ins Auge erforderlich oder auch beim Lasern und bedingt möglicherweise zusätzliche Abwesenheit bzw. Arbeitsunfähigkeit. Thema Visus-Erlangung, Visus-Rehabilitation. Es wird möglicherweise ein Zeitraum bestehen, in dem eine gewisse Imbalance im Sehen zwischen den beiden Augen besteht. Es ist üblicherweise nicht möglich, das operierte Auge ohne eine Korrektur zu nutzen, während noch eine deutliche Korrekturlinse am nicht operierten Auge erforderlich ist, da hierdurch ein deutliches Ungleichheitsempfinden oftmals verbunden mit einem Doppelzehen besteht. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Kontaktgrenze und Unverträglichkeit an Ihrem nicht operierten Auge besteht. Thema Kosten. Die Kosten für die Operation und Nachsorge könnten höher sein, wenn die Augen an unterschiedlichen Tagen operiert werden. Auch die zusätzliche Zeit der Arbeitsunfähigkeit kann Kosten hervorrufen. Was sind jetzt die Vorteile, die Implantation von Linsen ins Auge, also ICL oder IOL, an beiden Augen zum gleichen Zeitpunkt durchführen zu lassen. Die Bequemlichkeit, wie oben schon genannt. Die Erholung des Sehens, die Balance im Sehen zwischen den Augen wird oftmals vergleichsweise rasch wiederhergestellt. Dies trifft besonders dann zu, wenn am nicht operierten Auge eine Kontaktlinsenunverträglichkeit besteht. Die Kosten, hatten wir auch erwähnt, sind wahrscheinlich geringer, wenn man simultan operiert. différentes Dr. Auge Hat. Die Bequemlichkeit, wie oben von unserer Haut undgl SenderaKechn